So, guten Tag Leute, ich bin direkt im Game hier. Ja, und du schreist schon wie so ein Tier. Ja, weil hier auf einmal direkt so riesen Viecher vor meiner Fresse stehen. Drei Spiegel. Was ist das denn? Ich kann doch mal hier im Game. Ja, ja, ja. Ich bin doch da. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da ist der Hitler auch mal. Ja. Let's hear it. Stier! Au, 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 au. Oh, oh. Das ist doch nicht normal. Ne, war noch viel mehr. Ich hab auf normal gestellt. Ja, nicht auf schwer oder so. Ah, nein, 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 nein. Ja, reicht dann auch. Oh, meine Fresse, was war das denn? Das ist ja richtige Party-Action. Die Musik, ey. Ja, die Musik ist geil. Oh, die ist nicht schlecht. Oh, Alter, die viele. Ich gehe doch einfach weiter. Ja, ja, wollte ich grad auch sagen. Oh, ich hab's nicht mehr. Oh, du Zeug. Oh, du Zeug. Nebenmensch. Da kommen jetzt alle. Ja, gleich. Oh, schießt der Ball. Oh, der kommt voneinander. Ja, da, geil. Ich krieg grad voll den Leck, weißt du. Ach da. Oh, ja. Warten Sie, ich fliege aber auch herhaftig. Hilfe ist hier eine Party. Ich starte das Level. Auf einmal kommen ja Tausende von Gopas allein. Oh, das ist hier Flurie. Nein. Ah, ja. Auf mich bitte. Hä? Hä? Halleluja. Geht das ab dir? Ach, Muni. Und nicht zu wenig. Kann ich auch gebrauchen. Mehr als 500 Schuss, kann ich nicht mehr. Voll. Und ja gar nicht mehr auf. Ich glaub, das ist einfach nur so ein Level, wo die aus allen Richtungen kommen. Weil ich auch so gut lösen fühle. Kannst auch theoretisch fast Dauerschuss hier machen, weil hier ist so viel los. Erstmal die Explosivos hier. Die Kreischoße. Kreischoße. Ich glaub immer, wann sie nennen sie. Sie haben Hunger. Wann kriegst du eine Konzentration hier? Naja, ne? Ich muss das hier nicht übertreiben. Jetzt geht's ja, also. Oder können wir doch nicht irgendwie weitergehen, aber... Irgendwann ist ja auch mein Ende. Ja, guck mal hier. Ist auch mein Name hier. Super Speck. Oh, oh! Ja, das war ja klar, ne? Irgendwie war's klar, ja. Nein! Nein! Da wird uns im Arsch entgehen können. Ja, das ist das. Ja! Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Ich bin auf einmal gerade hoch geflogen. Ich kann nicht sein. Meine Fresse. Ist mal ruhig jetzt. Ach ne neue Waffe. Ach die Mini. Ja nicht Mini Gun. Ja doch. Ja Gatling Gun oder sowas. Ja Gatling. Ach Laser. Mauer. Hallo. Hallo. Wuppen 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 Wuppen. Ah. Ich bin A2. Wie viele immer LVTO einmal. Das ist ja LV. Das ist ja LV. Er gerade die ganze Zeit. Ach wo ist. Das ist ja richtig. So. Hilfe. So. Haben wir das auch überstanden. Glaube schon. Gut. Was hast du jetzt gemacht? Nichts. Ja. Ich wollte. Ja. Ich figuriere gerade alle Gegner. Und sie sind die ersten. Ja. Schiss. Oh. Ja gut. Das geht zwar selber zu gewesen. Ja. Aber. Wie viele Gegner ist der eigentlich jetzt. Ja. 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 Ja? Keine Mutti mehr. Ich bin ein Laser. Oh, schweiß. Warte, so ist die Skelette. Sie sind eigentlich nervig. Ah, Augenblick. Da ist auch mal gut, wenn wir jetzt reingehen. Weil... Ja, ich geh rein. Level beendet. War ja schon ein sehr heftiges Level, ne? Wo sind wir denn jetzt? Ich höre doch keine Roboter. Sieht ganz interessant hier aus. Ach, geht. Skeletti ist da vorne. Oh, no. Also, man merkt schon... Ja. Man merkt schon, es wird schwerer mit uns sein. Ja. Also, die Gegner. Es ist jetzt auch nicht so, sei mal, das gängste Format. Also, ich bin ja jetzt alles bisher das erste Mal. Na, haben wir uns beziehungsweise schwerer Ort. Oh! Was ist denn da raus? Was ist denn da raus? Kacken da ist. Kacken. Oh, gut, 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 schön. Die Musik wird jetzt nicht. Genau. So. 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 wenn das hier schon so anfängt ein glücklein wo bist du da hallo Das tut doch gut. Ja. Gut, dann bin ich irgendwie nicht so. Die sich hier eh nicht verstecken zu bleiben. Ja. Was ripped apart by a clear. Ah ja, genau. Genau. Teile zerschmiert. Boah. Jetzt wollen sie es aber wissen. Ach so. Hm. 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 Ja, genau. Das ist ein Leben ein. Ich will die Magersichtin. Ja, das ist genau. Hier ist ein Leben. Okay. Irgendwo ist hier schon wieder so'n, so'n Nocker. So'n Typi. Ist irgendwo auch noch ein Schernerkopf. Boah, hier sieht überall noch ganz gut aus. Einfach rumrennen und alles glatt machen, was wir in der Klee und der Klee und der Klee. Das ist ein bisschen Versteckenspiel hier. Und das hört gar nicht auf. Da kommt immer mehr. So. Ich bin hinter dir. Ich kann die Musik, Junge. Geht jetzt weiter? Nee. Eigentlich nicht, ne? Sonst sind ja noch Gegner. Ja. Irgendwo. Hm. Hm. Ich geh mal auf die andere Seite. Weil ich herkam, aber... Oh! Hier! Da muss man den Boden analysieren. Ja. Ja, das hab ich eben auch schon gemacht, aber du, älter nicht. Achso. Aber jetzt kommen ja grad Ziele an. Ja, auch. Ich muss ziehen. Junge Gruner hat, was zieht das hier so komisch aus? Sagst du niemals was, Junge? Was jetzt vielleicht? Nö. Gut. Äh, ja. Gut. Nochmal, nö. Okay, wir müssen das, glaub ich, irgendwie öffnen. Hier steht da so ne Figur. Ist da nicht so ein... Ja, so ein Schalter, oder nicht? Ja. Gleich, ja. Gut. Keiner bemerkt. Weil ich... Ich hab die Fugel... Ja, gleich, ja. Wir haben das auch mal gesehen. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, wieso da eine Figur steht. Also... Randomly. Oh! Das ist jetzt das Ding, das ist jetzt nicht klar. Ha! 69 Lee. Oh! 70. Oh, Mann! Ey, oh nein! Der ganze Zauberer ist... Zauberer. Zauberer von aus! Genau der. Ist jetzt schon wieder los. Hier we gooo! Ich hab noch ein Lehm. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Severs. Memphis Severs. Äh, klang nicht so schön. Nicht gut. Ja. Ich hab die fliegende Fressen. Na ja auch nicht. Machen alle nicht. Ist überall nichts rum. Ey. Riesen. Wie ist das alles so gerade? Du bist zu schwimmen. Was schießt. Ja gut, äh, ne. Kennt man ja. Ne. Bootschuleleftesleftesgeben. Da ist wohl das Internetflöten gegangen. Na gut, da muss ich das hier gerade irgendwie alleine schaffen. Gut. Kriegen wir schon hin? Kriegen wir schon hin? Ähm. Ja. Gut. Ich hoffe der kommt auch gleich wieder. Ist jetzt ja nicht so, dass ich das Problem nicht kenne. Ist jetzt ja nicht so, dass ich das Problem nicht kenne. Ja.